Und wir sind auf YouTube. Also, dann starten wir. All right, we are live. Welcome, everybody. Hallo, liebe Freunde, willkommen. Vielen Dank, dass Sie jetzt mit uns sind. Aus den allen Ecken her, Jeremy ist hier, ist in Dubai. Mit unseren Co-Founders, Edward und Delia. Hallo, wie geht's? Hallo, Jeremy. Hallo, Jeremy. Ja, dein Background ist ganz schön. Ja, dein Background ist auch ganz schön. Das ist mein Setup mit dem Licht. Ja, ausgezeichnet, dass wir sind jetzt heute alle zusammen. Dr. Anna wird auch mit uns sein. Und wir werden auch spezielle Announcements heute machen. Heute werden wir ein Live-Interview machen mit einem von CEO und Founders vom ersten DCO-Projekt, das auf Daisy gelauncht wird. Und es ist sehr, sehr interessant, dass Sie alle heute wirklich ein erstes Sneak-Pick in unserem Projekt haben werden. Also willkommen alle, vielen Dank, dass Sie jetzt mit uns sind. Und wir starten gleich ganz, ganz interessante Zeiten. Und alle wissen jetzt, dass unsere Referralrunde für die bevorzugten Kunden wird gestartet auf dem 15. Juli bis zum 30. Juli. Und heute werden wir natürlich die Frage- und Antwort-Session haben, damit alle, Sie alle, Informationen bekommen, was mit dem Referralrunde ist. Und es wird absolute letzte Möglichkeit, finale Möglichkeit für die, die teilnehmen können im Pre-Sale, bevor wir live im August starten. Und wiederum, das ist eine ganz, ganz wichtige Zeit. Edward, Elia, wirklich, Mann, drei Tage bleibt und dann beginnt die Referralrunde. Ich weiß nicht, wie geht es bei euch, aber für mich, es ist die höchste Zeit. Wir haben darauf gewartet. Und wir werden sehen, wie die massive Wellen, wie ein massives Momentum für die Daisy-Community gestartet wird. Ja, eben. Und ich spüre dasselbe, weil es gibt ganz viele, viele Dinge, die zusammen jetzt gesteckt sind und es gibt hybride Rounds. Und wir bleiben gehen auf dem markt. Das ist ganz, ganz wichtig für uns alle. Ja, eben. Edward, was wolltest du mal sagen? Nein, nein, ich wollte mal sagen, es ist ganz, ganz, sehr interessant für mich und es ist eine große Möglichkeit für mich, für alle Menschen eigentlich, für die Spillover-Makers, bitte nicht vergessen vom Spillover-Maker, weil das wird einfach den Menschen die besten Möglichkeiten starten. Und die, die es nicht wissen, es wird ganz, ganz viele Möglichkeiten geben, neue Möglichkeiten auf neuen Märkten, die schon etabliert sind und die etabliert auch werden. Ja, es ist die höchste Zeit. Es wird mehr, mehr sein in Juli. Jetzt. Und jetzt, Juli ist größer als Mai und Juni gleich. Zehn Millionen Daisy-Tokens, die gehen in unser Bonus-Pool und alles, was Sie machen müssen, damit Sie sich qualifizieren und einen Teil für sich nehmen. Das heißt, ein Referral für vier Menschen, für Daisy zu machen, mit 1.000 USDT in Kontribution. Und dann haben Sie Ihren Anteil. Und im letzten Monat können Sie eine nicht limitierte Nummer von Anteilen bekommen. Also, acht Menschen mit 2.000 in Kontributionen, da haben Sie zwei Anteilen. Und es gibt kein Limit, keine Grenze. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Möglichkeit. Und wenn wir zur Referralrunde gehen, da werden wir heute auch mal Interessantes erklären. Die, die jetzt zu Daisy kommen, bevor die Referralrunde startet, das heißt, es gibt diese Energie für die, die jetzt heute sagen können, okay, ich will bei Daisy dabei spielen, bei Crowdfunding AI, und ich wollte Token kaufen für diese Referralrunde. Und es wird noch ein 10% Token-Bonus für solche Kunden sein, wenn sie jetzt zum ersten Mal zu Daisy kommen. Und das ist wirklich eine sehr große Möglichkeit für die, die wirklich Spillover-Maker-Bonus-Pool sich sichern wollen. Also, machen wir das. Zuerst wollte ich meinen Bildschirm. zeigen und PowerPoint-Präsentationen zeigen, weil das alles identifiziert wirklich ganz, ganz viele Fragen, die wirklich gefragt werden. Und wir haben die Antworten. Jetzt mit allen bekommen wir die Antworten. Und es wird allen helfen, damit sie Antworten auf spezifische Fragen haben, vielleicht auch Menschen in ihrem Team. Und natürlich, es wird auch gespeichert und dann veröffentlicht. Es wird übersetzt, gedolmetscht, jetzt auf neuen Sprachen. Es wird in YouTube dabei sein. Und das können Sie Ihren Teams in der ganzen Welt zeigen. Und die Informationen, die sind alle da. Also, diese Runde, Vorbezug der Kundenrunde, das startet im Juli. vom 15. Juli um 11 Uhr morgens UTC-Zeit. Das heißt, mit Beginn der Referralrunde. Und es beendet sich am 11 Uhr morgens UTC-Zeit am 30. Juli. Ich denke, es gibt ein ganz, ganz kleines Update dazu. Es ist wirklich wichtig. Ja, wir haben diese Paysetter-Leaders. Und wir hatten auch eine Besprechung in der letzten Woche. Und auf 100 Prozent die Paysetter-Leaders haben gesagt, ja, wir müssen die Referralrunde verlängern. So lang, wie wir könnten. Also, zuerst wollten wir fünf Tage machen. Aber dann haben wir einander gesagt, okay, die Menschen müssen nicht so viele Chancen haben. Aber die Leaders haben gesagt, ja, das ist der größte Moment. Wir warten darauf. Und wenn wir bis zum Ende von Juli das machen könnten, dann würde das wirklich große Resultate geben. Und wir haben das gemacht, das geschafft. Und damit wir das tun, sollen wir auch Swap Launch auf zwei Wochen verfristen. Eigentlich sollten wir dieses Launch am 1. August machen. Aber damit wir Pre-Sale bis zum 30. Juli machen, es wird nur auf 15. August gestartet. Das hat eine Raison. Alle müssen eine Möglichkeit haben, auf ihre Wallets diese neuen Tokens zu bekommen und zu operieren, bevor wir live auf den offenen Börsen arbeiten. Das heißt, ihre Teams haben einige Tage, um das zu machen. Aber wir haben so gesagt, okay, alle müssen ihre Chancen bekommen. Und unser Uniswap dezentralisiert startend am 15. August. Das ist so klein geschrieben. Und vom 15. Juli bis zum 30. Juli gibt es Referralrunde. Also, wer kann teilnehmen an den bevorzugten Kundenrunden? Es gibt zwei Kategorien. Erstens, jeweilige Teilnehmer von Daisy Community, die registriert sind und die Funding machen. Das heißt, mindestens Stufe 1 Teilnehmer bei Daisy. Sie können natürlich bei Referralrunde mitspielen. Einfach, simpel, auf daisypresale.com. Sie werden automatisch geloggt mit ihren Wallets und dass sie auf Daisy registriert sind und sie können kaufen, wie viel sie wollen. Und auch die, die noch nicht bei Daisy Community sind und sie wollen nur Tokens kaufen, das geht auch. Das heißt, sie können auf sozialen Medien, Freunde haben, Familien, Businesspartners, Geschäftspartner und die sind bereit, um bei Discount und Pre-Sale von Daisy Tokens zu partizipieren, teilzunehmen. Und das ist wirklich ganz wichtig für diese Kategorie. Du sollst kein Teilnehmer von Daisy Community sein. Du kannst einfach Referral-Link bekommen, dass du von jemandem bekommst und dann kannst du Tokens kaufen. Wie viele Tokens werden verkauft in dieser Referralrunde? Das sind 75 Millionen Tokens. Das heißt, die Tokens, die nicht verkauft werden in der Runde von präferierten Kunden, die werden verbrennt. Was ist der Preis von Tokens für die bevorzugten Kunden? Es wird ein linearer Preisanstieg sein, nachdem jeder Ankauf. Das heißt, es wird inkremental wachsen von 1 USDT bis 1,5 USDT. Und der Erste, der das kauft, kauft es für 1 USDT. Und der Letzte, der das kauft, kauft zum finalen Preis von 1,5 USDT. Und Sie werden sehen, lineare Wachstum im Preis nach jedem Kauf. Und das wird im Realtime in Ihrem Backoffice sein. Je schneller Sie kaufen, desto besser ist Ihr Preis. Und wir haben wirklich einen Bonus-Token-Vorschlag auf dem Tisch für Daisy-Teilnehmer. Und es gibt zwei Kategorien von Daisy-Teilnehmern, die dabei mitspielen können. Das heißt, die von Ihnen, die Daisy-Teilnehmer waren, bis zum Juli 7. also das heißt, wenn wir zum 7. Juli die Pre-Sale-Runde geschlossen haben und Sie waren ein Teilnehmer schon dabei, Sie bekommen 25% von zusätzlichen Token-Bonus, wenn Sie in dieser Preferred-Customer-Runde kaufen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel 100 Daisy-Tokens kaufen, dann bekommen Sie zu Ende 125 Daisy-Tokens als Bonus. Und wenn Sie registriert wurden nach dem 7. Juli, zum Beispiel, wenn Sie waren auf 20. Juli registriert und auf 21. Juli haben Sie gekauft Ihre Daisy-Tokens und also nachdem Sie Daisy-Teilnehmer nach dem 7. Juli geworden sind, also durch Pre-Sale, nach Pre-Sale, wenn Sie bevor waren und bevor Token gekauft haben, bekommen Sie 10% Token-Bonus. Und hier, zum Beispiel, Sie könnten 100 Daisy-Tokens kaufen und dann bekommen Sie 110 Daisy-Tokens. Wenn Sie 10.000 Daisy-Tokens gekauft haben, dann bekommen Sie 11.000 Daisy-Tokens und Sie werden Daisy-Teilnehmer bevor ankauft. Wie viele Tokens kann eine Person kaufen in dieser Runde? Es gibt kein Minimum und kein Maximum. Das heißt, Minimum ist ein Daisy-Token und es gibt kein Maximum dazu. Das heißt, die jeweilige Anzahl von Tokens kann gekauft werden zum gleichen Preis zur Zeit. Und Sie können sehen, in Pre-Sale hatten wir die Packages, 100, 200, 300, also die Packages. Und in Referralrunde wird es keine Packages sein. Das heißt, Sie können einfach hinkommen und wählen, wie viel Sie kaufen können und Sie können das wählen zu jeder Zeit. Und Maximum und Optimum ist, je schneller, desto besser, diese Tokens zu kaufen. Und für die PCR-Runde, die Tokens werden die Westing-Periode haben. Und ja, alle Discount- und Pre-Sale-Tokens vom 1. Juli bis zum 7. Juli haben ihre Westing-Periode. Und Referralrunde wird natürlich auch die Westing-Periode haben, aber Westing-Periode in Referralrunde ist etwas leichter als Pre-Sale-Runde. Das heißt, wie arbeitet Westing-Periode in Referralrunde? Das heißt, 5% von den Tokens, die Sie kaufen, werden uninvestiert im Laufe von den ersten 90 Tagen. Das heißt, im Laufe von den ersten 90 Tagen werden Sie sehen, die tägliche Unvesting für diese 90 Tage und es wird nicht später als am 30. August und das ist gebunden auf Release von Ihren Wallets. Das heißt, 5% nach dem Live werden durch diese 90 Days befreit. Und dann jedes Monat noch zusätzlich jede 10% von Ihren Tokens werden uninvestiert. Das heißt, noch und noch die werden released in einer Periode von 30 Tagen. Das heißt, jeden Tag werden Sie einen Release von Tokens haben. Es wird 10% pro Monat sein. Und warum machen wir das? Sie müssen das auch verstehen. Es gibt Logik hier Investing. Es ist ganz, ganz wichtig. Ein wichtiges Komponent. Warum? Weil das ist ein Schutz für Preis von Tokens auf Märkten. Das heißt, die können einfach kaufen und gleich verkaufen Tokens. Und dann wird der Preis zu viel schwanken und nach unten gehen. Und wir haben das mit den Market Makers besprochen und auf ganz, ganz verschiedenen Börsen. Wir wollen ihnen Sicherheit geben, damit diese Tokens weiter im Preis wechseln und damit sie maximal Profite bekommen. Und viele Menschen fragen, warum kann ich nicht meine Tokens gleich verkaufen? Ja, das ist die Antwort. Wenn die Tokens werden auf Börse sein, dann wird Startpreis sein 5 Dollar und das können sie jederzeit verkaufen. Aber wenn sie bei Discount und Pre-Sale teilnehmen, dann natürlich wird es eine Investing Periode sein. Und noch eines von Benefitern hier ist, wenn sie Staking von Daisy Tokens machen, bekommen sie passive Belohnungen, das heißt Bonus Tokens in DCO Projekten, sie bekommen Yields und Profit Yields in unseren Projekten und auch Daisy Tokens. Und wenn sie Staking von Daisy Tokens machen, dann bekommen sie ganz, ganz viele Benefite. Und während der Westing Periode alle ihre Tokens, die waren gewestert, die werden die Staking Bonis bekommen, das heißt, sie nehmen nicht Tokens mit null Benefit, aber sie nehmen die Tokens und sie bekommen ein Staking Benefit jederzeit. Und das ist ganz, ganz wichtig und das ist etwas super Tolles in Daisy Community. Und wie können sie nicht die Preferred Customer Runde dabei sein? Sie müssen die Teilnehmer von Daisy Community kontaktieren und benutzen Referral-Link, damit sie Presale Page für sich öffnen und dieses Referral-Link wird live automatisch sein am 15. Juli auf ihrem daisypresale.com in ihrem Backoffice. Sie können dann einfach in ihrem Backoffice das wählen, so wie sie zum Beispiel bei Daisy registriert waren. In ihrem Browser gehen sie gleich gelockt in ihr Backoffice und ab dem 15. sehen sie ihr bevorzugte Kunden Referral sein. Und das ist das andere Link, das ist nicht ihr reguläres Daisy Link für AI, Daisy AI. Das wird noch ein zusätzliches Link sein und es wird in daisypresale.com dabei sein in ihrem Backoffice. Also was bekomme ich und wie viel bekomme ich eigentlich von diesen Kunden, die ich referiert habe in dieser Referralrunde? Erstens, du sollst ein Daisy Teilnehmer sein. Dann bekommst du 10% von Referral. Das ist wirklich aus abgefahren. Jede Person, die in Referralrunde mit ihrem Referrallink kommt, dann bekommen sie 10% Referralbonus. Das ist 10% USDT und sie bekommen ein Instant von 10% USDT Bonus für jede Person, die sie referieren. Das heißt, sie verstehen und wissen, dass in Daisy Crowd haben sie nur 5% Referralbonus. Aber in diesen zwei Wochen in diesem Fenster, jeder, der kommt mit ihrem Link durch vorbezugte Kundenrunde, dann bekommen sie 5% zusätzlich von USDT Bonus und dann bekommen sie 3-4% Matrix Bonus. Und das ist wirklich etwas Abgefahrenes und wenn es nicht Daisy Teilnehmer ist, dann bekommen sie 4% zusätzliche Bonus. Und wenn Person ist in Daisy Matrix, dann bekommen sie 3%, 2,4% und das bezieht sich auf wo sind die Kunden in Matrix. Und dann bekommen sie zusätzlich 5%. Das heißt, sie gucken auf 51% vom totalen Payout im Smart Kontrakt. Und das ist eine große Möglichkeit für sie alle, damit sie ihre Netzwerke unterstützen, damit sie auch die Menschen in der ganzen Welt aktivisieren. Oder vielleicht es gibt die, die zum ersten Mal kommen, die referierten Teilnehmer, die auf diesen zwei Wochen Free Sale mitspielen wollen. Und dann geht das alles in ihren Rewards Plan. Und das ist eine gute Möglichkeit für alle. Wenn jemand nicht Daisy Teilnehmer ist, dann bekommen sie 10% Referral Bonis plus 4% Matrix Bonus. muss. Und eigentlich, wenn ich kein Daisy Mitglied bin, kann ich bei Daisy dabei sein bis zum 15. Juli. Ja, bevor oder während der Runde von bevorzugten Kunden kannst du auch zu Daisy kommen. Da kann man sich fundieren, registrieren in Daisy und mit allen diesen Rewards und Belohnungen teilnehmen. Man kann das tun. Und man kann die anderen referieren, damit sie Tokens kaufen und damit ihre Instance Bezahlungen mehr Tokens kaufen. Und wie kann ich mal dann einpluggen? Wie kann ich die neuen Informationen bekommen? Also erstens Ihr Referral-Link. Bitte benutzen Sie Ihren Referral-Link. Benutzen Sie es in Ihren sozialen Medien. Und einfach, da können Sie etwas mehr und mehr für andere öffnen. Und da sind Sie bei Daisy Telegram-Gruppen. Sie können bei Daisy Telegram-Gruppen von Ihrem Backoffice starten. Sie können bei Daisy offizielle Telegram-Gruppen nehmen, Daisy Crowdfunding. Sie können zu daisypreseo.com gehen und dann Telegram-Link wählen, klicken und dann gehen Sie gleich direkt zu offiziellen Daisy-Telegram-Gruppen, die sich mit Daisy-Token beschäftigen. Und Sie bitte, seien Sie auch live auf unserem YouTube-Kanal offiziell, weil wir haben ein offizielles Vimeo, aber jetzt ist YouTube mehr populärer für die Massen und jetzt haben wir mehr als vielleicht 10.000 Teilnehmern, weil die Welt wird uns mehr und mehr sehen und alle unsere Updates, alle unsere Webinare, alle unsere übersetzten Videos, alle unsere Marketing Materialien, alle Videos, alles ist publiziert auf YouTube zum ersten Mal zuerst. Und also Telegram-Gruppen und YouTube-Kanal sind die zwei größten Wege für Sie, damit Sie auf derselben Page mit uns bleiben. Also wir machen ein Comeback nach dem nächsten Segment und wir werden eines Auf Wiedersehen.